Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Polis heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. So macht man das. Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du ihn gegessen? Hast du ihn die Beine weggegessen? Echt verwirrend. Aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Atos sein. Du kannst D'Artagnan sein, ha? D'Artagnan! Unsere Zeit ist knapp. Wir gehen von hier aus zum Theater und dann bist du zur Polis und ich zurück nach Hause zur Roten Linie. Okay? Okay. Mir gefällt nicht, wie sie die Verfolgung aufgegeben und das Tor hinter uns versperrt haben. Kein gutes Zeichen. Oh, oh, vielleicht lauert hier irgendwas. Scheiße! Verschwende du erstmal deine Muni. Ich lasse das mal. Hier, ich warte drauf. Hä? Nein! Scheiße! Ja, was jetzt? Hm. Das werden wir nutzen. Die sind Pumpen hier. Ja, ja, ich komme. Bleib mal geschmeidig. So, was sind das für Viecher, die hier... Wow. Gott verdammt. Deshalb haben die Faschisten das Licht ausgemacht. Diese Dinger hassen es. Okay, Spartaner. Eine kurze Lektion. Patronen helfen hier nicht. Aber, da sie Angst vor Licht haben, machen wir es hier hell. In Ordnung? Schalt bloß nicht die Taschenlampe aus. Verstanden? Oder sie landen, wie in einer Welt ausschlemmt. Alles klar. Ich weiß doch nicht, was du für Viecher jetzt hier meinst. Die wir anstrahlen sollen. Ein Einsturz. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, dass sie nicht mit Schüssen auffalten konnten. Scheiße. Halt, halt, halt. Was? Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo muss ein Weg durchführen. Du spürst doch echt Sachen. Artyom, hilf mir mal. Ah, ja, okay. Wenn es sein muss... Ich gehe dir mal zur Hand. Ach so, schnell, ja, ja, kein Problem. Ja, los. Los, doch, Muckis. Schultern. Schultern wie ein Bär. Oh, ist so anstrengend runterzufallen. Oh. Und tote Leichen. Oh man, da würde ich mich auch über die Spinnweben aufregen. Scheiße. Ja, ja, ja. Ich verbrenne das, weil ich Spinnweben. Das mache ich gerne. Spinn, brennt. Ja. Ich hasse Spinnen. Und ich kann trotzdem schießen. Kommt nachher. Das ist hoch. Den können wir definitiv nicht hochklettern. Nicht? Oh. Du kannst doch gar nichts, ey. Hätte ich gemacht. Wollen wir mal, dass der Aufzug funktioniert. Dann machen wir gleich den Schalter um. Los. Worauf wartest du? Er labert die ganze Zeit auch nur scheiße. Pavel, aber ich liebe ihn. Ach ja, Pavel. Nur Humo. Schön. Dann geh rein. Schnell. Was soll sein? Wir entkommen jetzt hier. Oder worauf willst du hinaus? Das war doch schon eh klar, oder? Nein, was? Ach, Kacke. Bitte sag mir nicht, dass die Deutschen oder das Reich jetzt hier den Aufzug kontrolliert und jetzt da rauslässt, wo es gefährlich ist. Oh, er ist einfach totaler Schrott. Scheiße. Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Nest. Scheiße, das sind echt viele. Was sind das für Viecher? Oh, Riesenspinnen. Du Scheiße. Oh, Riesenspinnen. Oh, Riesenspinnen. Oh, Riesenspinnen. Oh, Riesenspinnen. Oh, Riesenspinnen. Ach, die Scheiße ist kaputt. Oh, nein. Fuck, ey. Okay. Scheiße, das geht doch nicht klar, ey. Pum, erst mal. Okay. Nein, lass Pum, erst mal in Ruhe. Oh, jetzt habe ich keine Muni mehr in dem Scheißteil. Fuck. Ja, bitte. Aber das Scheißteil, das ist Drecksluftprobleme, da hatte ich keine Muni mehr. Mann, so eine Kacke. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ja, Muni. Warte drauf mal, wo bist du? Da hinten, warte einen Moment. Dann guck ich erstmal hier. Hier gibt's doch schöne Muni. Ich weiß nicht, wieso du wegläufst. Ach, verdammte Kacke. Mach mal hier so... Bäh, Spinnbeben, ey. Verbrennt. Kinder, dieser dreckigen... Wegläufigen Viecher. Spring doch einfach, Junge. Das ist ein Problem. Och, so geht... Au, das habe ich nicht gesehen. Ich habe es trotzdem geschafft. Komisch. Ja, und jetzt? Ups. Jetzt bin ich doch ans Mikrofon gekommen. Wo denn? Da. Junge, ich habe doch... Licht habe ich doch an. Los, dreh dich um. Du Skorpion, das spinnend wie. Sie sehen echt widerlich aus. Scheiße, aber gut, habe ich diese MP... MP irgendwas. Oh man, ich will die Kalaschen kochen. Nein, nein, mein Licht ist gleich leer. Meine Batterie ist gleich leer. Scheiße. Oh nein, ich muss... Moment. Ach, wie lecker sind... Auf. Ach, F gedrückt halt, okay. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Los, lad doch die Batterie auf, du trinkiger. Ah, ja. Wo denn? Hier ist nichts mehr. Entweder hast du Hallos oder... Ich weiß auch nicht. Oh, der hat so noch Muni. Hallo, hier ist nichts mehr. Junge, spinnst du oder was? Das Vieh ist tot. Was ist das Vieh, das hier? Nein, hä? Ich check nicht, was er meint. Junge, es ist doch nichts da. Was ich verbrennen könnte. Ich glaube, er ist total Bananen oder betrunken. Zu viel Wodka. Wodka, Pavel. Zu viel Wodka. Das Lichtatium. Das Lichtatium. Ja, worauf soll ich denn... Ach, verdammt, jetzt habe ich irgendwelche Fliegen im Gesicht. Worauf denn, Junge? Hier ist doch nichts. Jetzt muss ich den... Lass den Speicherpunkt nochmal laden. Peinert. Was ist das für ein komischer Fehler? Ja, ja, ja. Wolang nochmal? Ach, hier. Ah, okay, ja, okay. Nochmal hier. Kurz die Muni geholen. Muni. Ich lade schon mal die Lampe auf. Ey, sowas brauche ich eigentlich auch fürs Fahrrad oder so. Ach ne, beim Fahrrad gibt es ja Dynamo. Ich bin doof. Nein, für die Hand, meine ich. Nachts unterwegs bist. Und dein Handy aus ist und du kein Licht mehr dran hast. Ejo, ejo, ejo. Das ist hoch. Spring doch einfach, Pavel. Du bist doch an der Pusti. Oh nein, das ist so weit. Oh Gott. Oh, der dreht durch. Weil es so weit war. Zack. Voltmeter ist aufgeladen. Was steht da, Voltmeter? Milliampere oder sowas muss ja eigentlich stehen. Artyom, nimm da den Lampe, um sie abzuwählen. Ich versuche für uns rüberzubringen. Von wo kommen die denn? Klasse, Platz sollte gehen. Boah, scheiße. Wie ich erschreckt. Verbrenne doch. Artyom, Artyom. So. Machst du Stabhochsprung? Nein. Lachen wir nicht. Ach so, in die Scheiße. Schnell weg hier. Uah. Schwupps. Ich hoffe, der Schnitt war irgendwie nicht zu komisch. Denn, uah, die kommen ja rüber. Ach, die sind ja be... Die sind ja beknackt. Oh nein. Weg mit dem Vieh. Weg mit dir. Boah, geil, ey. Ist ja gar eine richtige Pistole. Ich hab ja ne... Bam. Komm her. Ja, ja, ist ja gut. Ähm, ich hoffe, der Schnitt war nicht zu komisch. Oh, hier war irgendwas. Hö? Oh ja, geil. Endlich darf ich immer aufsteigen. Scheiße, wir sind drinnen. Schnell, Puzzle. Danke, Mann. Du bist der Bärste. Oh nein, scheiße. Ren doch, Joga. Ren doch. Nein. Oh, scheiße. Dricks Mistvieh. Los, schnell. Tatsa. Jawohl. Dodd, Doddson. Jawohl. Halt mich fest, Pavel. Nimm mich wieder in den Arm. Schneid ein, das Licht. Oh, fucking. Ah, schnell. Jawohl. Wie gefällt euch das? Schlampen. Dreckige Bitches, ey. Moment. Ähm, falls ihr euch gewundert habt, warum der Schnitt so komisch kam. Mir ist ja PC abgestürzt und musste jetzt leider, ja, 10 Minuten hab ich jetzt umsonst aufgenommen. Dadurch den... Oh, 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 oh. Ich verstehe kein Wort. Licht ist das Licht. Lass mich eine Fackel und also was machen. Ah, Fackel möchte ich da machen, ja. In Ordnung. Deswegen, wundert euch nicht, deswegen. Ich hoffe, ich habe das irgendwie geschnitten bekommen, dass es nicht so komisch aussah. Ja, ja, ich komme ja schon. So, Pablo, dann leuchten wir mal den Weg mit der Fackel, mit der Fackel der Hoffnung durch die Katakomben. Katakomben. Bauen wir mal ein Licht an. Hehe. Meist es heller. Was? Bleib dir bei mir. Ja, okay. Kein Stress. Ich sichere dich von hinten. Ich sichere dich von hinten. Aber von vorne müssen ja auch alle kommen. Du Mistgeburt. Du Mistgeburt. Der hat da echt geile Schimpfwörter drauf. Muss ich schon echt sagen. Geil. Noch mehr Muni. Nein. Weg mit dir. Pablo, warte auf mich. Scheiße, das war... Krass, viel zu sehr Kamikaze, like. Ich höre überall Geräusche, aber ich weiß nicht wund wo. Verdammt nochmal. Das geht mir gerade echt auf den Piss. Wenigstens konnte ich noch die Muni hier schnappen. Ist hier auch noch was? Gar nichts. Pablo, warte. Ah, da ist ein Vieh. Licht, 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 Licht. Licht, 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 Licht. Ah, gut. Oh. Da. Hey, sieh mal, Tatanion. Du hast die Lampe. Wenn du den Träten folgst, müsstest du zu einem Sicherungsgasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschließen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Okay, dann müsste das wieder ich machen. Ja, egal. So, an dieser Stelle... Macht dir keine Sorgen, wenn ich da gleich runtergehe. Ich erschlage sie alle mit meinem Stahl. Mit meinem Stahl. Genau da ist mir das Spiel abgestürzt. Deswegen muss ich nochmal neu aufnehmen. Jetzt halt doch mal die Schnauze, ich will auch reden. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt nicht abkackt. Das ist anscheinend irgendwie lag daran, dass meine Grafikkarte überhitzt ist oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Mal gucken, ob es jetzt den... Wie bitte ihm wieder steht. Oh, scheiße. Genau hier, in dem Gang. Genau hier bin ich... Bin ich abgestürzt? Ja, nein. Der PC. Boah, ist ja grausig. Da oben sind wieder welche... Ich hasse es, alleine unterwegs zu sein, aber das muss halt manchmal so sein. Ja, um die Tür aufzubekommen, müssen wir hier wieder rumstreuen und hier die Spinnennetze kaputt machen. Boah, das sind diese kleinen, ekligen Viecher. Was ist das für... Das sind aber keine Pflanzen, oder? Ich check das nicht ganz. So, hier war gar nichts. Okay. Dann eben nicht. Hey, Kumpel. High five. Oh, Midi-Pack. Brauche ich eh nicht. Ich bin viel zu hart für Midi-Packs. Boah, was ist das denn? Was ist das? Da kommt ein ganzes Vieh raus. Weg mit dir, ey. Boah, jetzt muss ich ja noch auf die Tische... Da auf die Teile achten. Nein, da kommt kein ganzes Haus, oder? Da aber. Also, es sieht so aus, als ob die darin leben würden. Ich glaube, da leuchte ich jetzt nicht nochmal drauf. Das ist mir jetzt doch zu gefährlich. Das Teil da... Von wo? Von wo? Da. Nein, lass mich. Weg mit dir. Weg mit dir. Nein! Nein, da kommt zwei. Oh Gott, ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich dreh komplett durch. Weg mit euch. Verbrennt doch. Geh doch endlich kaputt, ey. Du bist tot, oder? Es war echt schon verbrannt, das Vieh, ey. Immer noch nicht. Ich dreh ab. Verbrenn doch jetzt. Licht ist ja auch so hell und so warm. Boah. Tiere der Nacht. Der sieht ja echt hammer aus hier. Hallo. Oh, der ist auch schon abgeknabbert worden. Die Haut. Schmecken wir denn so gut für die? Jetzt noch die Lampen hier aufladen. Mit dem Bühnenammer. Wow. Ich hoffe, das sind jetzt gescriptete gewesen. Nicht, dass ich jetzt hier auf eine endlose Welle an Spinnen warten muss. Wow. Mooney. Was ist das denn? Noch mehr Mooney? Boah, geil, ey. Ganze Schatzkammer ist das hier. Ich trau dem Spieler trotzdem nicht. Das hat mich schon damals, also Metro, der Vorgänger, total ausgefreakt. Da ist noch ein Vieh drinne. Scheiße. Da ist noch ein Vieh drinne. Ich hab noch eine Taschenlampe. Lass mich. Verbrenne. Schon tot? Oh, das ist ja langweilig. Ne, ehrlich. Was ist denn los hier? Ich dachte, wir würden schon... Ah, hier. Das Licht bleibt doch an. Okay, das ist gut. Hier würden endlose Wellen auf mich eintreffen. Und jetzt so eine Scheiße. Ich langweil mich ja hier schon fast. Nein, das jetzt nicht. Aber... Wow. Das sieht nicht so gut aus. Ich trau mich jetzt gar nicht hier in den Gangs rein. Geh auf. Ist nichts drinne? Okay. Von oben kommen die aber runter. Oh Gott. Ich dreh ab. Ich seh schon kommen. Okay, wir machen jetzt einfach Kamikaze, ja? Die kommen da auch runter. Oh, scheiße. 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 Nein, bitte nicht. Nein, was... Ach, das ist noch ein Vieh hier. Oh Gott. Ich dreh ja durch, wenn die hier komplett oben runterkommen können. Und ich hör die schon krabbeln. Licht bleibt bei mir. Nee, ich weiß nicht, ob ich mir... ...trauere, hier weiterzugehen. Oder ich renne einfach in die Ecke. Oh, scheiße. Das ist laut. Oh, aber hier kommt keiner runter. Das verwirrt mich jetzt gerade. Ich wette, wenn ich da durchgehe, kommen die alle hier runter. Nun sind sie alle hinter mir. Und von vorne kommen sie auch. Oh, Mann. Nein, ich will nicht. Ah. Das ist eine Falle. It's a trap. Scheiße. Ach, wir sind ja schon beim Generator. Ach, so. Kommt da gerade wer runter, oder was? Oha. Ich muss mich erstmal hier orientieren und sicher fühlen. Dann können wir weitermachen. Okay, bringt eh nichts. Hier ist es nirgends so sicher. Oh, scheiße. Los. Du hast Saft. Geh auf, du dumme Tür. Es hat doch gereicht, um die Tür aufzumachen. Man braucht auch wirklich nur 10 Milliampere pro Stunde, um das Teil aufzumachen. Die Tür. Die dicke Tür. Die dicke Stahltür. Ich habe gerade irgendwas gehört. Irgendwas gehört. Scheiße, die kommen noch alle. Pavel, rette mich. Schnell. Das war genial. Gut überlegt. Ah. Bereit? Schnell. Erster. Pavel. Mach die verdammte Tür auf. Du Arsch. Ich will hier durch. Ah. Meine Fresse. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Wir machen. Fuck. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe. Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Ey. Ich reiß mich ja zusammen. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaubt mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden.